Kinaus, was ist denn hier los? Was ist denn auf Malle los? Wie sieht es denn hier aus? Sagt mir nicht, das Lager ist schon wieder voll. Ah. Sehr gut, haben wir hier irgendwo eine Lehmgrube? Ja, das ist korrekt. Hier oben ist sie. Oh. So, was ist denn da los? Warte, wie ging das noch? Warte, 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 warte. Tschüss. Schön. Mal hat Spaß. So, wir haben 17 übrig. Was wollte ich hier eigentlich bauen? Ach ja, ein Leben. Leben wollte ich abbauen. Halt, dafür brauche ich Arbeiter. Ah. Hm. Guck mal, solange ich nichts baue, habe ich Einkünfte. Auf die alte Dame ist Verlass. Lassen wir mal da stehen. So, und jetzt haben wir auch wieder Arbeiter. Ach, der Umschnitt war auch vier Fenster. Ach, Kinders. So, was brauche ich denn für die nächste Stufe? Ich fühle mich geehrt. Alter. Meine Insel ist zu klein. Meine Insel ist zu klein. So, wer kauft denn zu wenig? Wieso, äh... Wieso nehmen meine Bauern ab? Braucht mehr Bauern. Was stimmt bei euch nicht? Ähm... Okay, ne, da ist alles abgedeckt. Trotzdem brauchen wir noch ein paar mehr Bauern. Die kaufen mehr. Siehste? Ich brauche mehr Handwerker. Die konsumieren auch mehr. Was konsumieren denn nochmal die Handwerker? Die stehen total auf... Hier. Richtig? Habe ich noch... Trink mal mehr Bier, Leute. So. Wie viel Bier haben wir denn auf Lager? Ja, läuft. Das ist gut. Was mit dem Schnaps? Okay. Ist okay. So, was haben wir hier? Was ist hier los? Gut. Hier wird alles gut konsumiert. Äh... Ich brauche nur eine Produktion. Ich brauche nur ein. Könnte das da bitte meine neue Glücksinsel werden? Sehr ruhig. Nein. Das Pech verfolgt mich. Das sind doch zwei. Boah, ich habe einen höllischen Wurst. Alter, wie viele Bauern habe ich plötzlich. Und es fehlen mir wieder Handwerker. Es ist doch. So. So, hier ist erstmal alles wieder so weit, so gut. Wie sieht es hier aus? Wird hier gut produziert? Ich habe 80 Bauern übrig. Warum? So, okay, noch so langsam reicht es. Wir brauchen hier unbedingt... ...Ziegel. Wir brauchen unbedingt Ziegel. Das heißt, ich muss mal eben... Neue Ziele. Ich muss das mal leider eben... Alter, Butterblume. Das ist nicht so weit. Okay. Aber es ist nicht so weit. Aber es ist nicht so weit. Ich muss das nicht so weit. Wir brauchen diesen Bein... Und das ist nicht so weit. Es ist ein한er... Also, es ist nicht so weit. Und das ist eigentlich so weit. Spielstand gespeichert. An die Segel und Frassen! So, wir transportieren nochmal eben Ziegeln, ich muss die Lager upgraden, das macht alles keinen Sinn mehr hier. So, ich muss die Lager Da hier ist er los. Ich werde so gnadenlos untergehen, ne? Aber so gnadenlos. Gnadenlos. Wird eigentlich mittlerweile gulaschproduziert? So. Äh. Konservenfabrik. Schiff unter Beschuss. Bist du doof? Wir haben Segel auf deinen Hafen gesetzt, Fischfutter. Jetzt werde ich dich zerstören. So. Ei. Ich werde dich jetzt vernichten in Harlow. Auf Kurs halten. Betrachten Sie es als Vertrauensbeweis. Okay. Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Okay. Edo? Okay. Eines Konkurrenten wurde eingenommen. Hä? Ist Butterblume nicht Kalle 2? Was ist hier los? Welche Insel? Welche Insel wurde eingenommen? Wer hat hier gerade Krieg geführt? Was ist hier los? Warum kriege ich hier überhaupt nichts mit? Oh Gott. Die Alte. Die ist irre. Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. So was wollte ich denn? Wer ist das? Ich weiß, wo sie leben. Achso. Ja. Das ist auch völlig in Ordnung. Zuerst mal zerstören wir diese Frickgatte. Und nämlich die Kohlen. Aber wieso macht er das nicht selber? Von mir aus freigegeben. Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen sie unseren Meister zu nennen. L-Bastion ist glücklich. Rivalen haben Krieg. Und wir kriegen gut Geld rein. Keine Änderung. So muss das sein. So muss die Kohle laufen, Freunde. Auf Kurs halten. Die Fregatte ist nicht die schnellste, ne? So, was wollte ich hier machen? Das Lager wollte ich upgraden. Äh? Oh, das kann ich bauen. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Ich brauche hier ein Kriegsschiff zum Schutz. Ah ja, noch sieht alles ganz gut aus. So, erst mal wir Lager. Die können erst mal... ...produzieren. Das Lager ist nicht so gut. Das Lager ist nicht so gut. Das Lager ist nicht so gut. So, wir werden sonst nicht so gut. So, das ist nicht so gut. Ich verstehe nicht. Das Lager ist nicht so gut. Das war's für heute. Das ist das Erste, was ich wieder abbaue. Endlich am Ziel. Dann sehen wir mal, ob es die Reise wert war. Ja, da bin ich aber gespannt. Hauptsache, ich bringe Kohle rein. So, wo ist jetzt mein Krieg? Ein Feuer ist ausgebrochen. Ach, Kinos. Wo? Ich habe hier keine Feuerwehr. Da. Warum habe ich denn keine Feuerwehr hier? Das habe ich wieder völlig verpennt. Wieso habe ich hier schon wieder so gepennt? Ey, Leute. Ach, du bist nicht der Schnellste, ne? Neue Befehle, Admiral. Ja. Oh, Freunde. Kinos, was willst du denn jetzt schon wieder? Piratenjagd. Dafür sind wir einfach nicht gut genug. Und jetzt habe ich Minus. Minus Geld. Schülter Minus Geld. Ich brauche mehr Leute. Oh, ich habe viele Bauern. Ich brauche, äh... Ich brauche mehr Trinker. Oh. Ich brauche mehr Tr adesso. Ich brauche mehr Trink.